Hi, ich bin Nia Künzer. Gemeinsam mit Peter Krossmann habe ich dieses Buch geschrieben. Fortuna Girls heißt es. Darin geht es um starke Mädchen, Freundschaft und natürlich um Fußball. Deswegen habe ich euch auch ein paar Tricks rausgesucht. Erkläre sie euch, mache sie vor. Gemeinsam mit Chiara. Schaut es euch an, habt Spaß dabei. So geht der Doppeltübersteiger. Dribbling auf den Gegner. Erste Täuschung, zwei Täuschung und ab. Du weißt, wie er funktioniert? Jetzt zeigst du mir den Trick. Bis zum nächsten Mal.